Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es hier auf meinem Kanal schon wieder weiter mit True Crime und damit auch mit einem neuen Fall, den ich mir ausgesucht habe und über den ich euch gerne berichten möchte. Und für mein heutiges Video gehen wir tief in den Süden der Vereinigten Staaten. In Hawkins County, einer kleinen Gemeinde im US-Bundesstaat Tennessee, lebt auf einem Grundstück in der Nähe von Beach Creek die fünf Jahre alte Summer Wells bei ihrer Familie. In den frühen Abendstunden des 15. Juni 2021 meldet sie ihre Mutter bei der Polizei als vermisst. Candace Wells hat ihre Tochter nur für kurze Zeit aus den Augen gelassen. Innerhalb weniger Stunden ist das Verschwinden der kleinen Summer das Thema in Beach Creek. Und bereits am nächsten Tag ist das Interesse so groß, dass der Fall sofort seinen Weg in die sozialen Medien findet. Und einige Tage später spricht man bereits im ganzen US-Bundesstaat Tennessee darüber und später dann auch im ganzen Land. Und auch heute, fast ein Jahr nach ihrem mysteriösen Verschwinden, rätselt man, wo ist sie? Was passierte in den Stunden, bevor sie verschwand? Und ist der Täter wirklich ein Fremder? Aber wie immer fangen wir ganz am Anfang an. Summer Moon Utah Wells wird am 4. Februar 2016 in Beach Creek geboren. Sie lebt gemeinsam mit ihren Eltern Don und Candace Wells in einem großen, weit abgelegenen Haus auf einer Anhöhe an der Ben Hills Road, umgeben von einem dichten Waldgebiet. Wälder und Felder, so weit das Auge reicht. Summer ist im Jahr 2021 fünf Jahre alt und das Nesthäkchen der Familie. Sie hat drei ältere Brüder, den zwölfjährigen Josie, den elf Jahre alten Wyatt und den kleinen Waylon, der neun Jahre alt ist. Die Tatsache, dass Summer die jüngste und auch das einzige Mädchen ist, hält sie aber nicht davon ab, sich gegenüber ihren Brüdern durchzusetzen und sich sehr wohl zu behaupten. Wenn es hinaus in die Wälder geht, zum Fischen, zum Fahrradfahren, zum Zelten oder auch zum Schwimmen in den Flüssen und Seen in der Umgebung, ist Summer immer mit dabei. Sie ist ein Energiebündel. Sie tanzt gerne, verkleidet sich oft als Prinzessin und liebt Tiere über alles. Aber auch auf dem fünf Hektar großen Gelände, das zu dem Haus der Familie gehört, gibt es für Summer und ihre Brüder jede Menge Platz zum Toben. Sie ist viel draußen und auch bei schlechtem Wetter springt sie mit ihren Gummistiefeln liebend gerne im Matsch herum und liefert sich regelmäßig Wettrennen mit ihren Brüdern. Summer verbringt auch sehr gerne und sehr viel Zeit mit ihrer Großmutter, die ebenfalls auf dem Anwesen ihrer Eltern lebt. Sie hat einen Trailer, also einen Wohnwagen, der ungefähr 25 Meter vom Haupthaus entfernt am Waldrand steht. Und Summer sieht sie eigentlich täglich. Bevor wir zu dem Tag und auch zu den Umständen, unter denen Summer Wells verschwunden ist, kommen, müssen wir doch zunächst noch etwas genauer in die Familie, ihre Lebensumstände und in ihren Alltag blicken. Die Gegend, in der die Familie Wells lebt, ist, um es einmal vorsichtig auszudrücken, nicht gerade die sicherste. Es gab in den vergangenen Jahren immer wieder größere Verhaftungswellen wegen Drogenbesitz. Dabei ist es wohl Meth, das eine zentrale Rolle spielt. Aber ohnehin ist es so, dass es allgemein ein großes Problem mit Drogen, mit Drogenkonsum, mit Drogenverkauf in dieser kompletten Gegend gibt. Es gibt weitläufig auch sich dieses Problem inzwischen erstreckt und eben auch sehr viele Drogengangs dort in der Gegend quasi wie Pilze aus dem Boden sprießen. Aber auch Einbrüche in Häuser oder Trailer werden immer wieder gemeldet. Es wird viel gestohlen. So gut wie jeder hat eine Waffe zu Hause, was auch hier und da natürlich zu Problemen und Konflikten führt. Das heißt, es gibt überdurchschnittlich viele Verbrechen in diesem Teil des Staates, wobei die Drogen wohl, so habe ich gelesen, das Hauptproblem sind. John Wells, Summers Vater, arbeitet als Trockenbauer auf verschiedenen Baustellen in der Umgebung. Oftmals muss er aber auch weitere Strecken zurücklegen, um seiner Arbeit nachzugehen. Candice, Summers Mutter, ist zu Hause und kümmert sich um ihre vier Kinder, das Haus und das Anwesen und zusätzlich kümmert sie sich auch noch um ihre Mutter, also um Summers Großmutter, die, wie ich euch ja vorhin schon gesagt habe, ebenfalls auf dem Grundstück wohnt. Darüber hinaus haben die Wells auch noch 13 Hunde, die, so habe ich gelesen, meist wohl draußen auf dem Grundstück gelebt haben, also jetzt nicht alle im Haus waren, sondern meistens draußen dann gewesen sind. Jedenfalls sind es eine ganze Menge Tiere also, die da zusätzlich noch versorgt werden müssen. Die finanzielle Situation der Wells ist nicht gut, das lässt sich auch deswegen so klar sagen, weil Candice selbst später in einem Interview sich und ihre Familie als arm bezeichnet hat. Es gibt unheimlich viele Fotos von Summers Wells, die zu einem großen Teil auch innerhalb des Hauses aufgenommen worden sind, wo sie eben mit ihrer Familie gelebt hat und diese Bilder haben dann auch im Anschluss ihren Weg in die sozialen Medien und auch auf verschiedene Titelseiten geführt. Und im ersten Moment, wenn man sich diese Bilder anschaut, dann liegt der Fokus natürlich auf ihr selbst, auf Summer. Doch es gab eben auch sehr schnell die ersten Stimmen, die das Chaos und vor allem den Dreck, der sich teilweise im Hintergrund gezeigt hat, aufgegriffen haben. Und auch auf den Videos und Fotos, die später dann noch von der Familie zusätzlich, aber auch von der Polizei auf dem Grundstück und im Haus der Wells gemacht worden sind, haben Ähnliches gezeigt. Es gibt in der Küche der Familie Wells einen etwas größeren, massiven Küchenblock, der auf seiner Rückseite eine Art Loch hat. Ich kann das nur sehr schwer beschreiben. Ich versuche irgendwo noch ein Foto aufzutreiben, dass ich das euch vielleicht einblenden kann. Aber ich beschreibe euch das so gut, wie es geht. Es ist eine Art Loch, durch das man dann durchsteigen kann und so von dort aus dann in das Untergeschoss des Hauses kommt, beziehungsweise eigentlich in den Keller. Doch dieses Untergeschoss oder der Keller, den darf man sich nicht so vorstellen, wie man jetzt vielleicht sich einen Keller im Allgemeinen vorstellt. Denn bei den Wells war es so, dass dieses Untergeschoss sehr wohl auch als Wohnraum genutzt worden ist. Denn in diesem Untergeschoss war das Schlafzimmer von Summers Eltern, also von Candice und von Don. Und zusätzlich war es auch so, dass Summer oftmals unten im Keller gespielt hat. Auch ihre Brüder haben dort gespielt. Denn es gab wohl zusätzlich zum Schlafzimmer von Candice und Don dort unten noch einen anderen Raum, wo viele Spielzeuge der Kinder herumgestanden sind. Unter anderem auch die Fahrräder und Bälle und das Planschbecken. Und da waren eben auch viele Puppen und andere Dinge von Summer, die da unten gelagert worden sind. Warum sage ich das euch? Weil dieses Untergeschoss später a. noch sehr wichtig werden wird. Und b. dass ihr wisst, dass es völlig normal für Summer gewesen ist, dort hinunter zu gehen und dort unten auch immer wieder längere Zeit zu verbringen oder dort auch zu spielen. Und genau aus diesem Grund, weil Summer sich eben immer wieder dort unten aufgehalten hat und weil eben diese Räume von der Familie auch als Wohnraum genutzt worden ist, wurden später auch Videoaufnahmen und Fotos von genau diesem Untergeschoss gemacht. Und auch darauf kann man sehen, dass es sehr dreckig und chaotisch ist. Ich möchte an dieser Stelle trotzdem einmal klipp und klar sagen, dass die Tatsache, dass es eben so ausgesehen hat bei den Wells, es kein Indiz dafür sein kann und auch nicht sein darf, dass ihre Eltern, Don oder Candice, irgendetwas mit ihrem Verschwinden zu tun gehabt haben. Denn nur weil jemand einfach so lebt, heißt es nicht, dass er irgendeines Verbrechens schuldig ist. Ich finde es aber trotzdem wichtig, das zu zeigen und auch zu sagen, weil es einfach zeigt, wo Summer gelebt hat und wie sie gelebt hat. Und vor allen Dingen auch, weil eben das Ganze später in den sozialen Medien vor allem sehr breit diskutiert worden ist. Kommen wir jetzt zum 15. Juni 2021. Und dieser Dienstag beginnt im Prinzip genau wie jeder andere auch bei der Familie Wells. Seit einigen Wochen sind Sommerferien in Tennessee und Summers Brüder haben schulfrei. Auch sie selbst ist zu Hause, denn Summer soll erst 2022 dann eingeschult werden. Ihr Vater Don hat in dieser Woche einen neuen Auftrag angenommen, für den er sich bereits früh am Morgen gegen 7 Uhr auf den Weg zu einer Baustelle nach Johnsboro machen muss, circa eine Stunde Fahrzeit von seinem Zuhause entfernt. Kurz nachdem sich also Don jetzt auf den Weg zur Arbeit macht, steht auch Candice auf. Denn an diesem Morgen war geplant, dass sie ihre Mutter Candy, die ich im Übrigen jetzt ab sofort in diesem Video Grandma Candy nennen werde, weil Candice und Candy sich so sehr ähneln, dass wir sonst durcheinander kommen mit den Namen, zu einem Arzttermin nach Kingsport fahren sollte. Ja, Grandma Candy hatte dort um 8 Uhr einen Termin in einer Klinik, wegen ihrer zurückliegenden Knieoperation, die einfach nochmal angeschaut werden musste. Um 7.30 Uhr an diesem Morgen machen sich jetzt also Candice, ihre Mutter Candy und auch Summer, die ebenfalls mitfährt, auf den Weg zum Arzttermin. Um kurz nach 8.00 Uhr kommen die drei dann in Kingsport an und Candice parkt das Auto im Parkhaus direkt neben der Klinik. Grandma Candy steigt also jetzt aus und geht zu ihrem Arzttermin. Summer und Candice warten im Wagen auf sie. Während die beiden also jetzt im Auto warten, bekommt Candice einen Anruf auf ihrem Handy. Einen Anruf vom 15 Jahre alten Hunter Meloney. Hunter Meloney und seine Familie sind seit Jahren mit den Wells gut bekannt. Seine Mutter Alison Meloney und Candice waren wohl auch jahrelang gute Freundinnen, bis es dann zu einem Streit zwischen den beiden Frauen und damit auch zum Ende ihrer Freundschaft kam. Doch der 15-jährige Hunter ist auch nach dem Ende der Freundschaft seiner Mutter und Candice immer noch wie ein Sohn für die Wells und sie haben regelmäßig Kontakt. Und jetzt bekommt sie also im Parkhaus wartend gemeinsam mit Summer einen Anruf von genau diesem Hunter. Bei diesem Telefonat zwischen Hunter und Candice ging es wohl zuerst um nichts Besonderes. Hunter wollte einfach nur wissen, ob alles in Ordnung ist und wie es ihr geht. Aber im Laufe dieses Gespräches hat er Candice dann auch gefragt, was sie eigentlich gerade macht. Und Candice hat ihm erzählt, dass sie gemeinsam mit Summer im Auto im Parkhaus in Kingsport sitzt, um auf Grandma Candy zu warten, die jetzt eben einen Arzttermin hat. Und Hunter hat Candice dann gefragt, ob sie nicht Lust hätte, bei ihm vorbeizukommen, um sich einfach mal wieder zu sehen, um ein bisschen miteinander zu reden und eventuell einen Kaffee zu trinken. Und es war wohl schon vorher klar, dass dieser Termin von Summers Großmutter bei dem Arzt ein bisschen länger dauern wird. Es hatte 28 Grad, es war sehr heiß und Candice hat sich dann dazu entschieden, anstatt jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde im Auto zu warten, mit Summer tatsächlich sich auf den Weg zu Hunter zu machen. Und genau das haben die beiden dann auch gemacht. Es wurde nie ganz klar, wie lange die zwei eigentlich jetzt mit Hunter bei ihm zu Hause gewesen sind und sich dort aufgehalten haben. Die Zeitangaben sind da sehr verschieden, deswegen weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Tatsache ist aber, dass während Summer und Candice bei Hunter waren, irgendwann Grandma Candy angerufen hat und gesagt hat, dass sie bei ihrem Arzttermin jetzt fertig ist und darum gebeten hat, dass Candice sie doch jetzt abholt. Candice steigt also gemeinsam mit Summer wieder ins Auto und dieses Mal ist auch Hunter dabei. Denn der 15-Jährige hat eben auch Sommerferien, ihm ist offensichtlich langweilig gewesen und er hat Candice gefragt, ob er nicht mitfahren kann. Ja, Candice hat zugestimmt und dementsprechend fahren sie also jetzt zu dritt zurück. Zur Klinik, um Grandma Candy abzuholen. Die drei kommen also wenig später wieder an der Klinik an und Summers Großmutter hat vom Arzt ein Rezept ausgestellt bekommen. Der nächste Weg, der vier, ist also jetzt die Apotheke. Kurz bevor sie die Apotheke erreichen, bekommt Candice erneut einen Anruf auf ihrem Handy. Dieses Mal ist es ihr Mann Don. Es war wohl ganz normal, dass Don sich unterm Tag, wenn er Zeit gehabt hat auf der Baustelle, sich immer mal wieder bei Candice gemeldet hat, um zu fragen, ob alles in Ordnung ist und in diesem Telefonat erkundigt er sich eben, ob beim Arzttermin alles klargegangen ist und wie es seiner Schwiegermutter geht. Ja, Candice gibt ihm Auskunft, dass alles in Ordnung ist. Sie sagt ihm auch, dass Hunter mit dabei ist und dass sie eben jetzt erstmal das Rezept abholen. Ja, und dass er sich keine Sorgen machen soll. Alles ist gut. Nach dem Telefonat mit ihrem Mann Don geht Candice jetzt in die Apotheke und holt das Medikament für ihre Mutter. Und im Anschluss fahren die vier dann gemeinsam zu einem Supermarkt ganz in der Nähe. Dort kauft Candice drei Dosen Twisted Tea. Für all diejenigen von euch, die nicht wissen, was das ist, Twisted Tea ist ein alkoholisches Getränk, das man in Dosen kaufen kann, in verschiedenen fruchtigen Geschmacksrichtungen gibt es das und davon kauft Candice jetzt eben drei Dosen. Im Anschluss machen sie dann noch einen weiteren Stopp und zwar am Hippiehaus. Ja, das Hippiehaus ist ein Laden, wo es Zigaretten, Tabak und sämtliches Equipment für E-Zigaretten gibt. Da der Eintritt erst ab 18 Jahren erlaubt ist, bleiben Hunter und auch Summer im Auto sitzen. Und Candice und ihre Mutter gehen rein, kaufen das, was sie kaufen müssen und kommen anschließend wieder zurück zum Auto. Summer hatte sich bereits am Morgen, bevor sie überhaupt von zu Hause weggefahren sind, ihren Badeanzug eingepackt. Denn ihre Mutter hatte ihr versprochen, dass, wenn es die Zeit erlaubt und wenn der Arzttermin nicht zu lange dauert, dass sie beim Rückweg noch am Warrior State Park anhalten würden. Der Warrior State Park ist ein sehr weitläufiges Gelände, wo es eben auch sehr viele Seen gibt. Summer war schon vorher immer wieder mal dort und es hat ihr wahnsinnig viel Spaß gemacht, dort im Wasser zu sein und zu planschen. Und inzwischen ist es auch über 30 Grad warm, weswegen Candice beschließt, jetzt auf dem Rückweg tatsächlich noch am Warrior State Park Halt zu machen. Dort angekommen, parkt sie also das Auto und Summer läuft direkt hinunter zum Wasser, während Candice, Grandma Candy und auch Hunter am Rand des Sees sitzen und jetzt ihren Twisted Tea trinken, den Candice ja zuvor im Supermarkt gekauft hat. Candice wurde im Anschluss vor allen Dingen auch wieder in den sozialen Medien scharf angegriffen, weil sie erstens Hunter überhaupt dieses alkoholische Getränk im Supermarkt gekauft hat und zweitens, weil sie es ihm jetzt auch noch gegeben hat. Viele haben daraus abgeleitet, dass es mit Candice' Verantwortungsbewusstsein ja nicht sehr weit her sein kann, wenn sie einem Minderjährigen Alkohol kauft. Ich möchte das an dieser Stelle gar nicht weiter beurteilen. Allerdings hat es eben für sehr viele eine große Rolle gespielt und hat auch wohl sehr viel für viele Menschen ausgesagt. Deswegen möchte ich euch das natürlich nicht vorenthalten. Was jetzt als nächstes passiert, ist besonders wichtig, denn zum ersten Mal gehen jetzt die Aussagen, was an diesem Tag passiert sein soll, auseinander. Denn sowohl Candice als auch Grandma Candy haben später bei der Polizei ausgesagt, dass an diesem See jetzt nichts Außergewöhnliches mehr passiert ist. Summer hat im Wasser geplanscht, sie haben ihre Getränke getrunken und nach einer Stunde hätten sie es zusammengepackt und hätten sich auf den Weg gemacht, Hunter nach Hause zu bringen, bevor sie dann selbst nach Hause gefahren wären. Hunter wiederum hat der Polizei später etwas ganz anderes erzählt. Er hat nämlich gesagt, dass Summer im Wasser geplanscht hat, während er und Candice ihren Twisted Tea getrunken haben. Grandma Candy wäre zum Auto gegangen, weil sie dort irgendwie etwas geholt hätte. In dem Moment, als er mit Candice dort allein gesessen ist, wäre ihm aufgefallen, dass Summer, die im Wasser geplanscht hat, auf einmal untergegangen wäre. Er hat später gesagt, es wären laut seiner Erinnerung circa 10 bis 15 Sekunden gewesen, wo sie mit dem Kopf unter Wasser war. Er hätte Panik bekommen und wäre ins Wasser gesprungen und hätte Summer herausgeholt. Allerdings wäre ihr wohl nichts passiert. Also er hat gesagt, ihr hat überhaupt nichts gefehlt. Anscheinend hat sie nur versucht, irgendwie zu tauchen oder ist einfach aus irgendeinem anderen Grund mit dem Kopf unter Wasser. Jedenfalls hat es ihn erschreckt, weswegen er Summer aus dem Wasser geholt hat. Candice wiederum hat das kategorisch abgestritten, dass es dazu gekommen ist. Sie hat gesagt, dass Summer ganz normal im Wasser geplanscht hat und die Aussagen von Hunter, dass das so gewesen sein soll, lassen sich auch nicht belegen oder beweisen mit nichts. Im Gegenteil, es ist sogar so, dass Candice, während sie dort an diesem See waren, ein Video von Summer gemacht hat und anschließend auf TikTok veröffentlicht hat. Und auf diesem Video ist Summer zu sehen, wie sie da im Wasser herumspringt. Und es ist auch ganz klar auszumachen, dass ihr das Wasser nur bis zur Hüfte geht. Und dass sie auch die ganze Zeit am Rand ist und nicht weiter ins Wasser hineingeht. Ob das, was Hunter Meloni später der Polizei da erzählt hat, stimmt oder nicht, das weiß man nicht. Candice hat es auf jeden Fall kategorisch abgestritten. Aber egal, welcher Version jetzt man glauben möchte, der von Candice oder der von Hunter, nach circa einer Stunde, da waren sie sich dann wieder einig, haben sie zusammengepackt und sind dann allesamt ins Auto eingestiegen. Bevor sie jetzt Hunter nach Hause fahren, hält Candice aber nochmal bei einem anderen Supermarkt, denn ihr ist eingefallen, dass sie noch Milch braucht und Brot, das sie dann auch in diesem Supermarkt kauft. Im Anschluss hätten sie dann Hunter nach Hause gefahren und dann wären sie selbst zurück nach Beach Creek. Nach einem sehr ereignisreichen Tag kommen die drei gegen 15.30 Uhr wieder zu Hause am Haus an und beschließen zunächst einmal, die Lebensmittel im Haus zu verstauen. Dabei helfen auch Summers ältere Brüder, die aus dem Haus gelaufen kommen, und mithelfen. Ich habe das bei meiner Recherche so verstanden, dass die drei Söhne von Candice Wells in der Zeit, in der sie, ihre Mutter und Summer unterwegs gewesen sind, alleine zu Hause waren. Ein weiterer Grund für sehr viele, Candice' Verantwortungsbewusstsein erneut anzuzweifeln, denn Summers jüngster Bruder war eben auch erst neun Jahre alt und ist jetzt über so viele Stunden ganz alleine. Ja, Summer hatte ja auch noch zwei ältere Brüder. Der älteste war zwölf. Aber ich wollte es auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle erwähnen, denn ich habe bei meiner Recherche nichts gelesen, dass in dieser Zeit irgendjemand, ein Nachbar oder sonst irgendein Verwandter oder Bekannter auf die Jungs aufgepasst hätte. Also, sie waren dann wohl offensichtlich in dieser Zeit allein. Der weitere Nachmittag verläuft jetzt im Hause der Wells laut Candice' Aussage, die sie später gemacht hat, ganz normal weiter. Grandma Candy geht in ihren Trailer und ruht sich von dem anstrengenden Tag etwas aus, während Candice anfängt, die Wäsche zu waschen und die Kinder sitzen vor dem Fernseh. Irgendwann im Laufe des späteren Nachmittags kommt dann allerdings Summers Großmutter ins Haus. Sie fragt Candice, ob sie ihr nicht helfen kann, einige Blumen in ihr neues Beet einzupflanzen. Candice erklärt sich bereit zu helfen und auch Summer, die das mitbekommen hat, möchte unbedingt mithelfen. Die drei gehen also hinaus und sind jetzt erstmal eine Zeit lang mit den Pflanzen beschäftigt. Doch nach ungefähr einer halben Stunde wird es Summer zu langweilig. Sie fragt ihre Mutter, ob sie wieder ins Haus hineingehen und weiter mit ihren Brüdern Fernseh schauen kann. Candice erlaubt es ihr und sagt Summer auch noch, dass sie selbst gleich nachkommen wird. Sie sieht noch, wie Summer ins Haus hineingeht. Zehn Minuten später kommt dann jetzt auch Candice ins Haus. Zunächst wäscht sie sich im Bad ihre Hände, die noch voller Erde sind, und anschließend geht sie dann ins Wohnzimmer. Dort trifft sie auf ihre drei Söhne. Summer ist allerdings nicht da. Ja, sie fragt, wo Summer ist und einer der Jungs sagt, dass Summer hinuntergegangen wäre ins Untergeschoss, um dort mit ihren Puppen zu spielen. Candice ruft also in den Keller hinunter nach Summer, doch sie bekommt keine Antwort. Sie ruft erneut, doch wieder ist nichts zu hören. Daraufhin geht Candice jetzt selbst ins Untergeschoss, doch Summer ist überhaupt nicht da. Sie sucht sie anschließend im ganzen Haus, doch sie ist nirgends zu finden. Sie läuft hinüber zu ihrer Mutter, zum Wohnwagen, doch auch dort ist Summer nicht. Candice bekommt jetzt Panik, sie ruft ihren Mann Dawn an, der immer noch bei der Arbeit ist, und schildert ihm die Situation und sagt ihm auch, dass Summer spurlos verschwunden ist. Ja, Dawn verspricht sich sofort ins Auto zu setzen und nach Hause zu fahren, sagt ihr aber am Telefon auch, dass sie sofort die Polizei anrufen soll. Und das macht Candice auch. Um 18.30 Uhr geht der Anruf beim Hawkins County Police Department ein. Doch Candice weiß auch, dadurch, dass sie so weit draußen wohnen, dass es jetzt einige Zeit dauern wird, bis die Polizei überhaupt hier sein wird. Deswegen beschließt sie gemeinsam mit ihren Söhnen, jetzt weiter in den Wald hineinzugehen, zum Beispiel auch an einen Bach ganz in der Nähe, wo sie gemeinsam mit Summer immer gewesen sind, wo sie auch immer gefischt haben. Vielleicht ist sie ja doch aus irgendwelchen Gründen dort, auch wenn sich Candice das nicht vorstellen kann. Deswegen suchen sie die Gegend jetzt erst einmal grob ab, aber sie finden keine Spur von ihr. Da die Polizei immer noch nicht da ist, setzt sich Candice jetzt in ihren Wagen. Sie lässt das Fenster runter und fährt jetzt die Main Road, die etwas unterhalb ihres Anwesens verläuft, immer wieder auf und ab. Sie ruft laut nach Summer, ist in der Hoffnung, dass dort vielleicht irgendjemand unterwegs ist, der sie gesehen hat, aber sie trifft auf niemanden und Summer findet sie auch nicht. Candice ruft jetzt auch die Nachbarn, die in der unmittelbaren Umgebung leben, an und informiert sie, dass Summer nicht mehr da ist. Sie bittet sie darum, die Augen offen zu halten und wenn ihnen irgendetwas auffällt, dass sie sich eben sofort melden sollen. Auch Don Wells ist inzwischen von der Arbeit zurückgekommen und lässt sich von seiner Frau noch einmal informieren über das, was genau passiert ist und was sie halt auch inzwischen schon alles unternommen hat. Und Don Wells sagt, und das ist auch das Erste, was er der Polizei sagt, die wenige Minuten später ebenfalls am Haus ankommt, dass Summer auf jeden Fall entführt worden sein muss. Als die ersten Polizisten und Ermittler vom Hawkins County Police Department jetzt am Haus der Familie Wells ankommen, lassen sie sich von Candice natürlich erst einmal ins Bild setzen. Was genau ist eigentlich passiert? Im Anschluss daran beginnen sie, das Grundstück und auch das Haus noch einmal akribisch nach Summer oder nach irgendwelchen Spuren von ihr abzusuchen. Wichtig zu wissen ist, dass die drei Brüder von Summer ja gesagt haben, dass sie zunächst einmal ins Wohnzimmer gekommen, aber anschließend dann hinunter ins Untergeschoss ging, um mit ihren Puppen zu spielen. Dementsprechend gehen natürlich auch die Polizisten nach unten, finden allerdings keine Spuren von Summer. Jedoch ist wichtig zu wissen, dass es in diesem Untergeschoss eine Tür gegeben hat, die nach draußen führt. Das heißt, dass es für Summer möglich gewesen wäre, von dort unten aus dem Haus hinaus zu kommen. Und zwar, und das ist ganz besonders wichtig, ohne dass Candice, die mit Grandma Candy ja am Blumenbeet gearbeitet hat, irgendetwas davon mitbekommen hat können. Denn dieses Blumenbeet, wo die beiden Frauen gearbeitet haben, liegt am vorderen Teil des Hauses und die Tür, die aus dem Untergeschoss hinausführt, auf der gegenüberliegenden Seite. Das Ganze ist nur ungefähr 15 bis 20 Meter voneinander jetzt entfernt, aber trotzdem könnte man aus diesem Keller hinauskommen, ohne dass man es eben direkt sieht. Das heißt also, die Idee, dass Summer von dort unten aus dem Haus hinausgegangen ist, ohne dass es irgendjemand gesehen oder gehört hat, ist durchaus vorstellbar. Auch wenn sowohl Candice als auch Dawn direkt der Polizei sagen, dass das für sie absolut nicht vorstellbar ist, da Summer das Gelände dieses Hauses niemals alleine verlassen hat und ihre Eltern sie auch immer und immer wieder eingeschärft haben, dass sie das nicht tun darf. Summer hatte wahnsinnig große Angst vor Schlangen. Und ihr Vater Dawn hat ihr auch immer wieder gesagt, dass sie nicht nur deswegen nicht alleine weggehen darf, weil Gefahren auf sie lauern, sondern er hat eben auch immer wieder betont, dass es sehr viele Schlangen in diesen Wäldern gibt, was auch den Tatsachen entspricht. Und da Summer so viel Angst vor diesen Tieren hatte und weil sie wusste, dass sie nicht alleine weggehen darf und das vorher, wie gesagt, nie getan hat, ist es für ihre Eltern unvorstellbar, dass sie jetzt auf einmal in dieser kurzen Zeitspanne beschlossen haben soll, freiwillig gerade das zu tun. Dawn und auch Candice sind davon überzeugt, das hat Dawn ja direkt gleich gesagt, als er nach Hause kam und jetzt wiederholen sie es nochmal bei der Polizei, dass Summer entführt worden sein muss. Und sie sagen auch, dass Summer aus dem Haus direkt entführt worden ist. Also, dass sie nicht einfach irgendwo in den Wald gelaufen ist und dort auf jemand getroffen ist, der sie mitgenommen hat, sondern sie sind überzeugt, jemand kam ins Haus, in den Keller, hat Summer entführt und mitgenommen. Doch für die Polizei ist diese Theorie relativ unwahrscheinlich. Zwar stimmt es tatsächlich, dass Candice vom Blumenbeet aus Summer nicht hätte sehen können oder einen Entführer, der sie aus dem Haus geholt und mitgenommen hat, weil sie eben keinen direkten Einblick auf die Tür auf der Rückseite des Hauses hatte. Trotzdem ist es schwer vorstellbar, dass irgendjemand hinunter in diesen Keller geht, Summer rausholt, ohne dass sie irgendwelche Geräusche macht, dass man das irgendwie mitbekommen hätte. Wie gesagt, das Blumenbeet und die hintere Kellertür sind circa 15 Meter voneinander entfernt und wenn man sich vorstellt, dass ein fünfjähriges Kind aus ihrem Haus heraus entführt wird, dann wird das mit Sicherheit nicht leise und geräuschlos ablaufen. Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass ein möglicher Entführer, Summer vielleicht den Mund zugehalten hat oder dass er sie vielleicht betäubt hat und sie bereits ohnmächtig war, als derjenige sie aus dem Haus gebracht hat, dann hätte man ja trotzdem zumindest denkt, dass die Polizei das nicht einfach mal so machen können, denn der Entführer muss ja auch sein Auto irgendwo gepaart haben und es gibt um das Haus der Wells zwar eine gepflasterte Straße, die so da außen drum herum führt, aber wenn dort irgendjemand mit einem Auto angehalten hätte, dann wäre das auf jeden Fall Candys oder Grandma Candy aufgefallen und es ist ihnen nichts aufgefallen. Das heißt, der Entführer hätte dann, wenn es so gewesen wäre, seinen Wagen unten an der Main Street parken müssen, hätte dann durch ein kleines Waldgebiet durchgehen müssen, hinauf zum Haus, hinunter in den Keller, Summer entführen müssen, geräuschlos wohlgemerkt, und sie anschließend dann über die Wiese, über die Auffahrtsstraße, durch das kleine Waldgebiet, hinunter zu seinem Wagen, schleppen oder zerren müssen, in sein Auto hinein und wegfahren müssen. Das ist für die Polizei vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass es nur zehn Minuten waren, in denen Summer und Candys voneinander getrennt waren, eher unwahrscheinlich. Die Polizei geht also in den Stunden nach Summers Verschwinden eher davon aus, dass sie weggelaufen und sich eventuell in diesem großen Waldgebiet verirrt haben könnte. Darum suchen sie jetzt auch mit einer 80-Mann-starken Truppe, bestehend aus dem Churchill Rescue Squad, dem Hawkins County Mountain Rescue Department, der örtlichen Feuerwehr und auch dem Beach Creek 911 Team, noch am Abend und auch die ganze Nacht die Umgebung akribisch ab. Ich hatte es euch am Anfang des Videos bereits gesagt, wir sprechen hier von einem sehr großen und undurchsichtigen Waldgebiet, in dem man es nicht nur mit jeder Menge kleinerer Bäche, Felsen und unwegsamem Gelände zu tun hat, sondern in dem sich auch Kojoten, wilde Hunde und sogar Bären sprichwörtlich die Klinke in die Hand geben. Jede Menge Gefahren also für ein fünfjähriges Mädchen, das möglicherweise dort alleine unterwegs ist, einen Unfall gehabt haben könnte, irgendwo verletzt liegt. Die Suche im Laufe der späten Abendstunden und auch der Nacht verläuft allerdings ergebnislos. Am nächsten Tag, es ist Mittwoch, der 16. Juni 2021, da erlässt dann aber auch das Hawkins County Police Department direkt einen sogenannten Endangered Child Alert, das heißt, dass das Verschwinden von Summer Wells öffentlich den Ermittlungsbehörden bekannt gemacht wird, mit einer genauen Beschreibung von Summer und der Aufforderung, sich bei der Polizei zu melden, wenn man sie gesehen hat oder sonst irgendwelche relevanten Beobachtungen im fraglichen Zeitraum gemacht hat. Darüber hinaus gibt das Police Department an diesem Vormittag auch noch eine Pressekonferenz, bei der sie alle Menschen in der Umgebung auffordern, ihre Garagen, Keller, Trailer oder Schuppen zu durchsuchen. Dementsprechend wird jetzt eben auch die Presse auf den Fall aufmerksam und das Interesse ist gleich von Anfang an riesengroß. In den nächsten Tagen geht die intensive Suche nach Summer Wells akribisch weiter. Die Suchmannschaft ist inzwischen auf über 300 Personen angestiegen, bestehend aus verschiedenen Rescue Teams, Feuerwehr, Polizei und freiwilligen Helfern, die natürlich in der Lage sind, jetzt auch noch viel mehr Fläche abzusuchen. Dabei werden auch Taucher und Hubschreiber eingesetzt und auch Suchhunde kommen zum Einsatz. Und die Suchhunde können tatsächlich auch eine Spur von Summer aufnehmen. Die Spur führt wohl tatsächlich von der Kellertür auf der hinteren Seite des Hauses, durch die Summer ja auch theoretisch, wenn sie unten gespielt hat, hätte rauskommen können über die Wiese Richtung der Hauptstraße, der Main Road, die quasi etwas weiter unten ist. Doch an dieser Straße endet dann die Spur. Die Hunde können sie nicht weiter verfolgen. Candice Wells hat sich nach dem Einsatz der Suchhunde und auch dem Ergebnis der Spur, die sie aufnehmen konnten, skeptisch und auch unzufrieden mit diesem Einsatz der Polizei gezeigt. Sie war wohl der Meinung, dass ihre eigenen Hunde, die zu diesem Zeitpunkt ja auch überall auf dem Gelände herumgelaufen sind, die Arbeit der Suchhunde auf irgendeine Art und Weise beeinträchtigt haben könnten. Ich habe mich aufgrund des großen Interesses am Fall Kaylee Anthony, wo ja Suchhunde auch eine zentrale Rolle gespielt haben, schon einmal in der Vergangenheit ein bisschen intensiver mit diesem Thema Leichenspürhunde oder Suchhunde auseinandergesetzt und es ist wohl tatsächlich so, dass wenn Suchhunde oder Leichenspürhunde irgendwo eingesetzt werden, dass dann schon immer darauf geachtet wird, dass keine anderen Tiere, vor allen Dingen auch keine anderen Hunde dort ebenfalls unterwegs sind, weil es wohl tatsächlich so sein kann, dass Suchhunde durch andere Hunde, die dort sind, abgelenkt werden könnten. Allerdings habe ich dann auch wieder gelesen, dass Suchhunde, wenn sie eine Spur aufnehmen, gerade wenn es mehrere Hunde sind, die dieselbe Spur wahrnehmen können, sich nur sehr selten irren und wenn man sich das jetzt mal durch den Kopf gehen lässt, dann hat ja eigentlich die Tatsache, dass noch andere Hunde auf diesem Gelände gewesen sind, nichts mit der Spur zu tun, die Summer offensichtlich hinterlassen hat und die die Suchhunde aufnehmen konnten. Außerdem, und das ist jetzt nur meine ganz persönliche Meinung, glaube ich, dass diese Canines, das sind diese wirklich sehr gut ausgebildeten Hunde und auch die Canine-Händler, also die Polizisten, die mit diesen Hunden arbeiten, sehr wohl wissen, was sie tun und was sie nicht tun. Und wenn es wirklich so gewesen ist, wie Candice behauptet, dass ihre Hunde die Suchhunde abgelenkt hätten, dann gehe ich davon aus, wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung, dass tatsächlich die Polizisten dann dafür gesorgt hätten, dass Candice Hunde weggesperrt werden, wenn sie gedacht hätten, dass das irgendeinen Einfluss hat. Tatsache ist auf jeden Fall, dass die Hunde Summers Spur aufnehmen konnten und dass die Spur unten an der Hauptstraße geendet hat. Elf Tage nach Summers verschwinden, die Suche nach ihr geht unvermindert weiter. Da gibt das Hawkins County Police Department die Information heraus, dass sie jetzt nach einem 1998er Red Toyota Tacoma beziehungsweise nach dem Fahrer dieses Wagen suchen, der sich offenbar zum relevanten Zeitpunkt in der Gegend rund um das Haus der Wells aufgehalten haben soll. Wie die Polizei genau auf diesen Fahrzeugtyp gekommen ist und darauf jetzt nach dem Fahrer zu suchen, das weiß ich leider nicht. Das ist wohl nicht veröffentlicht worden. Was allerdings gesagt wurde war, dass man diesen Fahrer, dieses Toyota, nicht deswegen sucht, weil er direkt etwas mit Summers verschwinden zu tun haben soll, sondern dass es eher darum geht, dass man ihn als Zeugen sucht, weil wohl wie auch immer bekannt geworden ist, genaueres weiß ich leider dazu nicht, dass dieser Fahrer sich zum Zeitpunkt von Summers verschwinden in der Nähe irgendwo aufgehalten hat und eventuell eine Beobachtung gemacht haben könnte, die wichtig wäre. Doch leider verläuft die Suche sowohl nach dem Wagen als auch nach dem möglichen Fahrer im Sande und es lassen sich auch keine Zeugen finden, die weitere Angaben zu diesem Wagen hätten machen können. Aus Tagen werden Wochen und trotz der großen Aufmerksamkeit in den Medien fehlt von Summers jede Spur. Und es gibt auch keine durchschlagenden neuen Hinweise für die Ermittler, keine neuen Zeugen, keine neuen Aussagen, nichts. Summers ist seit dem 15. Juni 2021 spurlos verschwunden. Und trotz landesweiter massiver Aufmerksamkeit, die ihr Verschwinden bekam und vor allem auch die Aufmerksamkeit, die es in den sozialen Medien gab, gibt es zwar jede Menge Theorien, jedoch keine starken Indizien oder gar Beweise, was mit Summer Wells wirklich passiert ist. Wie immer in solchen mysteriösen Vermisstenfällen kann man am Ende nur spekulieren, was eventuell passiert sein könnte. Und im Laufe der Zeit haben sich drei Versionen herauskristallisiert, die auch vor allen Dingen in den sozialen Medien immer wieder in den Fokus rücken. Und diese drei Theorien möchte ich euch jetzt am Ende dieses Videos noch aufzeigen. Summer ist weggelaufen und hatte einen Unfall. Auch wenn Don und Candice Wells von Anfang an darauf bestanden haben, dass ihre Tochter niemals weggelaufen und das Grundstück alleine verlassen hätte, so kann man das letztendlich nicht ausschließen. Wenn man davon ausgeht, dass sie tatsächlich unbeaufsichtigt im Untergeschoss gewesen ist, denn ihre Brüder haben ja oben Fernseh geschaut, dann könnte es trotzdem durchaus sein, dass sie warum auch immer beschlossen hat, durch die Tür auf die Rückseite des Hauses zu gehen und von dort aus warum auch immer dann weiter zu gehen in den Wald hinein. Vielleicht hat sie irgendetwas gesehen, was sie interessiert hat oder was sie irgendwie angelockt hat, was sie angezogen hat und sie hat einfach die Mahnungen ihrer Eltern und ihre Angst vor Schlangen in dem Moment kurzzeitig vergessen und ist in diesen Wald hineingegangen. Die Frage ist natürlich, was passierte dann? Selbstverständlich gibt es unzählige Möglichkeiten, was mit einem fünfjährigen Kind dann im Anschluss, es wurde ja dann auch bald dunkel, in so einem großen Waldgebiet passiert sein könnte. Wenn man allerdings an die Unfalltheorie glauben möchte, gibt es doch den einen oder anderen Haken und der hat jetzt nichts damit zu tun, dass Dawn und Candace davon überzeugt sind, dass ihre Tochter nicht weggelaufen sein könnte, sondern es hat viel eher etwas mit der Spur zu tun, die die Hunde aufgenommen haben. Denn man muss sich schon fragen, wie es sein kann, dass die Hunde die Spur an der Hauptstraße verloren haben, wenn Summer doch weiter in den Wald hineingegangen ist. Denn das Waldgebiet geht ja, so wie ich das gesehen habe, nach dieser Hauptstraße weiter. Und wenn Summer wirklich dort irgendwo weiter in den Wald hineingegangen wäre, dann hätten die Hunde ihre Spur eigentlich aufnehmen müssen. Aber die Spur endete eben abrupt an der Hauptstraße beziehungsweise die Hunde konnten sie eben nirgendwo weiterhin verfolgen. Was dazu kommt ist, dass viele sagen, dass wenn Summer wirklich in diesen Wald gegangen wäre und einen Unfall gehabt hätte, dass man sie irgendwo hätte finden müssen. Denn man muss ja bedenken, dass die Polizei kurz nachdem sie am Haus angekommen sind, direkt gleich mit der Suche nach Summer mit der intensiven Suche begonnen haben. So weit kann sie im Prinzip nicht gekommen sein und wenn sie einen Unfall gehabt hätte, dann müsste sie ja irgendwo liegen geblieben sein und dann hätte man sie eigentlich finden müssen. Zumindest ist das die Theorie von vielen. Ob Summer Wells tatsächlich freiwillig aus ihrem Elternhaus in diesen Wald hineingegangen ist und sich verlaufen hat, vielleicht doch einen Unfall hatte und bis heute noch nicht gefunden ist, das weiß man nicht. Möglich ist es aber. Theorie Nummer zwei Summer wurde tatsächlich entführt. Laut der Polizei von Hawkins County, die ihre Ermittlungen von Anfang an sehr intensiv geführt hat, gibt es keinerlei Beweise oder auch Indizien dafür, dass Summer Wells tatsächlich entführt wurde. Die Spur, die die Hunde aufnehmen konnten und bis zur Main Street verfolgen konnten, spricht aber für sehr viele Menschen dafür, dass Summer tatsächlich dort auf der Straße in irgendein Auto entweder freiwillig eingestiegen ist oder in ein Auto hinein verschleppt wurde. Denn es ist schon sehr aussagekräftig, dass die Hunde dort unten ihre Spur verloren haben. Das würde eben dafür sprechen, dass sie dort in irgendein Fahrzeug hineingebracht wurde, weil die Spur so abrupt geendet ist. Wenn man also an eine Entführung von Summer Wells glaubt, dann muss man sich aber auch gleichzeitig die Frage stellen, wie diese Entführung hätte ablaufen können. Wir erinnern uns zurück, Dawn und Candice hatten ja gesagt, dass sie sich sicher sind, dass jemand ins Haus hineinkam und Summer aus dem Haus heraus entführt hat und dann halt eben eventuell in das Auto, das auf dieser Hauptstraße stand, geschleppt hat und anschließend mit ihr weggefahren ist. Das ist die Theorie der Familie. Jedoch ist es eben nicht sehr wahrscheinlich, dass ein fremder Mann einfach oder eine fremde Frau oder fremde Personen einfach in ein Haus gehen, wo sie sich überhaupt nicht auskennen, ein Kind entführen, von dem sie nicht wissen, dass es dort ist, dieses Kind dann lautlos und ohne Gegenwehr aus diesem Haus heraus entführen, erst mal über 20, 30 Meter über eine Wiese, über ein Waldgebiet und dann hinunter entführen. Das ist nicht ausgeschlossen, selbstverständlich, aber es ist eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist da dann schon die Theorie, dass Summer, wenn man wirklich davon ausgeht, dass sie aus dem Haus tatsächlich heraus entführt wurde, von jemandem gekippt worden ist, den sie kannte. Denn wenn jemand in ein Haus kommt und Summer ihn kennt, dann vertraut sie ihm vielleicht. Dann geht sie vielleicht auch freiwillig mit ihm mit. Und dann schreit sie vielleicht auch nicht oder macht sich anderweitig irgendwie bemerkbar, weil es ja ein Mensch ist, den sie kennt und es dann in dem Moment für sie einfach keinen Grund gibt, Angst zu haben. Wenn man also glaubt, dass es jemand war, der die Familie Wells kannte, der Summer entführt hat, dann stellt sich da auch schon wieder die nächste Frage. Die Frage nach dem Warum. manche Menschen Gründe, ein kleines Kind zu entführen. Und man kann nicht ausschließen, dass Summer von jemandem, den sie kannte, gekidnappt wurde. Allerdings muss man wissen, dass die Polizei von Hawkins County sehr genau den Freundes- und Bekanntenkreis der Wells durchleuchtet hat. Da wurden Häuser, Grundstücke, Schuppen, Garagen, Keller durchsucht, die Leute wurden befragt und es haben sich einfach keinerlei Hinweise ergeben, dass irgendjemand, der den Wells entweder sehr nahe oder auch weniger nahe stand, irgendetwas mit Summers Verschwinden zu tun gehabt hat. Es gab allerdings dann wohl doch den einen oder anderen Nachbarn von Dawn und Candace, der nicht so begeistert davon war, als die Polizei auf der Suche nach Summer mit einem Großaufgebot angerückt ist, um das Grundstück zu durchsuchen und es gab dann wohl auch zwei oder drei, die der Polizei keinen Zutritt gewährt haben. Allerdings konnten auch keine Hinweise gefunden werden, dass diese Leute aufgrund dessen, dass sie eben die Polizei nicht im Haus haben wollten, irgendwas mit Summers Entführung zu tun gehabt hätten. Und weiterhin hat die Polizei im Übrigen auch alle vorbestraften Sexualstraftäter aus der Gegend aufgesucht und befragt und auch dort fanden sich keinerlei Hinweise, dass irgendeiner dieser Personen etwas mit Summers Verschwinden zu tun hatte. Kann es also sein, dass Summer Wells entführt worden ist, entweder weil jemand ins Haus kam und sie herausgeholt hat, herausgelockt hat, oder weil sie vielleicht draußen gespielt hat und jemand hat sie angelockt und sie ist dann zu dieser Person gegangen und derjenige hat sie dann geschnappt und in sein Auto gezerrt? Ja, das kann alles sein. Indizien oder Beweise dafür gibt es keine. Theorie Nummer 3 Summers Eltern haben etwas mit ihrem Verschwinden zu tun. Das Wichtigste vorneweg, schuldig ist man erst dann, wenn die Schuld bewiesen ist. Und es gibt, um das ganz klar einmal zu sagen, bevor ich jetzt zu dieser dritten und letzten Theorie komme, keinerlei Beweise dafür, dass Dawn und Candace oder Dawn oder Candace irgendetwas mit dem Verschwinden ihres Kindes zu tun haben. Aber trotzdem gibt es da eben das eine oder andere, das ein wenig seltsam ist. Und das eben auch vor allen Dingen in den sozialen Medien nach dem Verschwinden von Summer Wells und auch heute, fast ein Jahr später immer noch heiß diskutiert wird. Manches davon ist wirklich haarsträubend, anderes nicht. Fangen wir mal mit Punkt Nummer eins an. Für viele Menschen ist es sehr seltsam gewesen, dass Dawn und Candace sich von Anfang an steif und fest auf eine Entführung festgelegt haben. Das Erste, was Dawn gesagt hat, war, dass und sind bis heute auch dabei geblieben. Summer muss entführt worden sein. Für viele war das sehr unverständlich. Ich finde daran jetzt nicht so ungewöhnlich, dass die Eltern, die ihr Kind ja sehr gut kennen, dass sie entführt worden ist, weil sie eben nicht glauben, dass sie alleine in den Wald gegangen ist, weil sie das nie getan hat. Für mich ist das nicht so sehr ungewöhnlich, was vielen seltsam vorkam, ist, dass Don und Candice davon überzeugt waren, dass jemand ins Haus kam und Summer aus dem Haus heraus entführt haben muss. Sie haben auch überhaupt nie zugelassen, dass jemand behauptet, Summer wäre tatsächlich von sich aus raus. Also sie haben immer gesagt, nein, das ist unmöglich, jemand kam in unser Haus und hat sie geholt. Und das kommt vielen einfach seltsam vor. Ja, mir jetzt nicht ganz so sehr, denn sie sind eben nur mal davon überzeugt, dass es so war, warum auch immer. Das ist jetzt für mich nix, wo ich jetzt groß irgendwie seltsam finde. Kommen wir dann zu Punkt Nummer zwei und auch der ist für mich persönlich jetzt nicht ganz so mysteriös oder aussagekräftig, wie er für viele andere ist. Interessant ist es allemal. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Hunter Meloni. Hunter ist der 15-Jährige, der am Tag von Sommers Verschwinden gemeinsam mit ihr, ihrer Mutter und auch mit ihrer Großmutter unterwegs gewesen ist. Und Hunter hat ja auch der Polizei erzählt bei seiner Befragung ein paar Tage nach Sommers Verschwinden was angeblich an diesem See so passiert sein soll und dass Summer unterging und dass sie quasi aus dem Wasser geholt hat. Das war aber nicht das Einzige was Hunter der Polizei erzählt hat, sondern darüber hinaus hat er auch noch gesagt, dass zwei Tage nach Sommers Verschwinden er einen Anruf von Candice bekommen hätte. Candice wollte sich mit ihm treffen. Hunter hat zugestimmt und als Candice und er dann zusammen gewesen sind, hätte sie ihm gedroht. Sie hat zu ihm gesagt, dass er auf gar keinen Fall, wenn die Polizei kommt und mit ihm zu sprechen, sagen darf, dass sie ihm Alkohol gekauft hat. Also wir erinnern uns zurück, Candice hatte ihm ja diesen Tee mitgebracht und er hat ihn ja getrunken, da war Alkohol drin und Candice hat ihm gedroht, er darf das auf gar keinen Fall der Polizei sagen. Darüber hinaus hat Hunter weiter Er hat die Gelegenheit genutzt und in ihrem Handy herumgeschnüffelt und dabei hätte er gesehen, dass Candice wohl einige Nachrichten von einem stadtbekannten Drogendealer bekommen hat, den er vermutlich auch kennt und daraufhin wollte er diese Nachrichten lesen. Doch dann kam Candice zurück und er hatte nicht mehr die Möglichkeit diese Nachrichten zu lesen und später wurden diese Nachrichten dann auch von der Polizei nicht Hunter einfach durch nichts bewiesen oder belegt werden können es gab nie irgendeinen Zeugen der bestätigen hätte können dass Summer untergegangen ist dass er Summer aus dem Wasser gerettet hat oder dass sie eben irgendwelche Nachrichten mit so einem Menschen ausgetauscht hat also dafür gibt es einfach keine Beweise es ist nur etwas was Hunter Maloney erzählt hat allerdings ist das eben wieder etwas was für viele Menschen dafür läuft und wenn man sich mal das Gesamtbild anguckt dann ist es jetzt auch nicht weit her geholt dass das tatsächlich stimmen könnte aber könnte ist eben nicht es ist so Hunters Aussagen haben trotzdem hohe Wellen geschlagen deswegen wollte ich euch auch diese Aussage die er dann nach dem Verschwinden von Summer bei der Polizei gemacht hat nicht vorenthalten Kommen wir dann zu Punkt Nummer 3 und da wird es jetzt schon ein bisschen kritischer Don Wells Summers Vater wurde vier Monate nach ihrem Verschwinden im Oktober 2021 verhaftet als er betrunken mit seinem Wagen gegen einen Laternenmast gefahren ist er hatte in seinem Wagen noch die halbe Flasche Alkohol die er offensichtlich mitnahm als er da durch die Gegend fuhr die Polizei hat ihn daraufhin verhaftet und er hat auch zugegeben getrunken zu haben es gab dann auch einen Alkoholtest und er hat auch gesagt dass er in letzter Zeit eben viel mehr Alkohol getrunken hat und auch noch andere Dinge konsumiert hat was immer er auch damit gemeint haben mag als Beweggründe für sein vermehrtes Trinken und eben auch einiges andere hat er gesagt dass der Verlust von Summer eben die ganze Familie stark beeinträchtigt dass es sehr schmerzhaft ist und dass es eben seine Art ist damit umgehen zu können was Don Wells betrifft ist aber das jetzt noch nicht alles denn natürlich das kann man sich vorstellen wenn ein kleines Kind unter diesen Umständen verschwindet dann wird dann wird die ganze Familie danach akribisch beleuchtet und das nicht nur von der Polizei die eigentlich dafür zuständig sind sondern eben dann kommen Stimmen aus ehemaligen Freundeskreisen und dann kommen auch die sozialen Medien die dann alles mögliche ausgraben und so war es eben auch bei Don Wells es wurde dann bekannt und auch veröffentlicht dass Don ein Jahr vor Summers verschwinden wegen häuslicher Gewalt angezeigt wurde und zwar von Candice Candice hat ihn angezeigt allerdings hat sie dann wohl die Anzeige wieder zurückgezogen Don wurde trotzdem angeklagt allerdings nicht wegen häuslicher Gewalt sondern wegen unerlaubten Waffenbesitzes an dieser Stelle ist allerdings interessant zu wissen dass nicht nur Don eine Anzeige wegen häuslicher Gewalt bekommen hat von Candice sondern dass auch Candice in ihrer Vergangenheit bereits wegen häuslicher Gewalt angezeigt wurde allerdings weiß ich nicht von wem ich weiß nicht wer Candice angezeigt hat und auch diese Anzeige wurde wohl wieder zurückgenommen das ist alles sehr undurchsichtig trotzdem möchte ich euch alle Informationen geben die ich habe also machen wir einen Strich drunter in der Vergangenheit wurde sowohl Don als auch Candice Wells einmal wegen häuslicher Gewalt angezeigt und daran kann man eben auch wiedersehen dass da einiges ganz und gar nicht stimmt oder gestimmt hat in dieser Familie kurz nachdem man Don Wells dann im Oktober 2021 also vier Monate nach Summers Verschwinden wegen Trunkenheit am Steuer vorübergehend festgenommen hat er wurde ja dann auch wieder freigelassen hat man allerdings seine drei Söhne von den Behörden unter staatliche Obhut nehmen lassen eine offizielle Begründung warum Don und Candice ihre drei Söhne weggenommen wurden gibt es nicht allerdings hat man Don im Zuge eines Interviews dann danach befragt und er hat gesagt dass es eben die ganze Situation zu Hause ist die im Moment einfach völlig eskaliert weil Summer weg ist und keiner weiß was mit ihr passiert ist außerdem so hat er auch in diesem Interview gesagt wäre es wahrscheinlich sogar besser dass seine Söhne jetzt nicht mehr bei ihnen zu Hause sind weil so viele Leute jetzt auch immer wieder zum Haus kommen und mit ihnen reden wollen es wären so viele Reporter da die Polizei wäre auch immer noch ständig da die Suche nach Summer geht weiter und das alles ist für die Kinder ohnehin schlecht und deswegen wäre es jetzt ja auch ganz gut wenn sie nicht zu Hause wären Don hat aber dann letztendlich trotzdem auf die drängende Frage des Reporters der ihn da eben interviewt hat warum genau jetzt seine Söhne weggenommen worden sind geantwortet denn wenn man mal ehrlich ist nur weil viele Reporter jetzt das Haus belagern kommen nicht irgendwelche Behörden und nehmen einen die Kinder weg also wenn Eltern ihre Kinder weggenommen werden dann passiert das nicht einfach mal so wie man gerade lustig ist sondern dann braucht man schon Gründe dafür und der Reporter hat Don dann noch einmal gefragt und daraufhin hat er dann zugegeben dass er ausgerastet ist zu Hause weil er oder weil ihm unterstellt wurde dass er Summer für Drogen verkauft hat und dass als er das gehört hat ist er völlig ausgeflippt was Don Wells jetzt unter völlig ausflippen versteht weiß ich persönlich nicht allerdings hat er das als Grund angegeben warum dann seine drei anderen Kinder ihm weggenommen worden sind also da kann man sich jetzt da kann sich jetzt gerne jeder selber vielleicht vorstellen was da passiert ist es wurde nicht veröffentlicht und ich weiß es auch nicht ob die drei Jungs heute also im April 2022 wieder bei Don und Punkt Nummer vier über kaum etwas anderes wurde in der Öffentlichkeit nach dem Verschwinden von Summer Wells so intensiv gesprochen wie über ihren abrasierten Kopf es gab unzählige Theorien warum Candice die das dann anschließend auch zugegeben hat ihr die Haare abrasiert haben könnte Tatsache ist dass Candice und Don in einem Interview nach dem Verschwinden ihrer Tochter genau das gefragt worden sind warum hat Summer einen rasierten Kopf und Don hat gesagt dass Summer unbedingt dieselbe Frisur haben wollte wie Candice und Candice hat einen Kurzhaarschnitt und Summer hat wohl immer wieder gesagt dass sie dieselben Haare wie ihre Mama haben will und irgendwann hat Candice dann nachgegeben und hat ihr ihre Haare abrasiert was es jetzt damit am Ende des Tages genau auf sich hatte das weiß ich nicht und ich überlasse es jetzt einfach euch eure eigenen Gedanken dazu zu machen ich kann aber durchaus verstehen dass es viele Menschen bizarr finden wenn sie sehen dass ein fünfjähriges Mädchen das nichts mehr liebt als Theorien wie Summer Wells abrasierter Kopf hat auch der nächste Punkt geführt über den wir jetzt sprechen und zwar das letzte Foto das von Summer aufgenommen worden ist wir erinnern uns zurück das letzte Foto von Summer hat ihre Großmutter gemacht als sie auf dem Rücksitz des Wagens eingeschlafen ist unterwegs nach Hause nach Beach Creek und es gibt nicht wenige Menschen die der Meinung sind dass Summer Wells auf diesem Foto bereits tot war der Grund warum das viele dachten ist weil es ja die Aussage von Hunter gab der behauptet hat dass an diesem See eben Summer kurz unterging und er sie aus dem Wasser gezogen hat und daraus wurde dann weiter die Theorie gesponnen dass Hunter sie vielleicht nicht retten konnte sondern dass Summer tatsächlich in diesem See ertrunken ist und dann Candace in Zusammenarbeit mit dass Candace Angst hatte dass sie wegen verletzter Aufsichtspflicht oder eben auch weil sie Hunter diesen Alkohol gegeben hat und weil sie selbst ja auch was getrunken hat jetzt dafür verantwortlich gemacht werden könnte und dass sie deswegen das alles inszeniert hat also dass sie Summer aus dem Wasser geholt hat die ertrunken ist und anschließend ihren Körper hat verschwinden lassen um nicht irgendwie wegen der Verletzung der Aufsichtspflicht oder Ähnlichem belangt werden zu können ich möchte an dieser Stelle sagen dass ich das auf gar keinen Fall glaube und der Grund dafür warum ich es nicht glaube und warum diese Theorie auch wirklich sehr umstritten ist obwohl sie so viel diskutiert wird ist einfach der weil ich mir nicht vorstellen kann warum man einen Unfall auch wenn man vielleicht wegen der Verletzung der Aufsichtspflicht belangt werden könnte nicht einfach zugibt stattdessen aber etwas viel Schlimmeres daraus macht für das man dann tatsächlich richtig viel Ärger bekommen könnte nämlich indem man ein Verbrechen fingiert indem man eine Leiche verschwinden lässt die Leiche des eigenen Kindes also wisst ihr was ich meine warum sollte man einen Unfall als etwas anderes darstellen was dann im Prinzip viel schlimmer ist für das man viel härter bestraft werden könnte das macht für mich nicht so viel Sinn dass ich auch nicht ganz nachvollziehen kann warum man dann noch ein Foto von Summer tot auf diesem Rücksitz machen sollte was dazu kommt ist dass mir ehrlich gesagt die Fantasie fehlt dass jetzt ausgerechnet Don und Candice Wells aller Sherlock Holmes im perfekt zu inszenieren Spuren zu verwischen und gleichzeitig auf der anderen Seite Spuren zu legen die dann später die Hunde finden dann ihre Söhne die Summer ja zu Hause gesehen haben auch noch dazu Grand McKenzie dazu zu bringen diese ganze Story dauerhaft mitzutragen und vergessen wir nicht dass Hunter Meloney selbst der ja behauptet hat dass Summer unterging gesagt hat dass ihr nichts passiert ist meiner Meinung nach schläft Summer da hinten im Auto einfach und ihre Großmutter hat ein Bild von ihr gemacht allerdings wie gesagt es wird diskutiert es gibt jede Menge Spekulationen dazu da muss sich jeder wirklich seine eigene Meinung bilden meine ist sie schläft und damit sind wir beim letzten Punkt in Bezug auf den Verdacht dass eventuell Summers Eltern etwas mit ihrem Verschwinden zu tun haben könnten es gibt nämlich noch weitere Fotos von Summer Wells allesamt an einem Tag aufgenommen nur wenige Tage bevor sie dann verschwand und diese Fotos als sie dann veröffentlicht worden sind und in den sozialen Medien auftauchten führten dazu dass ihre Eltern von vielen wirklich eines scheußlichen Verbrechens verdächtigt worden sind ich möchte dazu sagen dass dieser Verdacht ausschließlich nur in den sozialen Medien aufkam ich habe in keinem meiner Artikel zu dieser Recherche groß etwas darüber gelesen und so viel ich weiß war es auch so dass weder die Polizei noch das FBI da irgendwie das für wahrscheinlich gehalten haben oder eben auch dass da Ermittlungen im Gange sind ich weiß natürlich nicht was da unter der Hand passiert was nicht veröffentlicht wurde aber es gibt genauso viele die das einfach nur für einen Zufall halten Ein paar Tage vor Sommers verschwinden hat Candice von ihrer Tochter auf dem Grundstück im Garten vor dem Haus einige Bilder von Summer aufgenommen die sie zeigen als sie herumtollt im Regen Auf diesem Foto seht ihr Summer und neben ihr steht eine rote Tonne Auf dieser Tonne stehen die Wörter for sale also zu verkaufen Es gibt wie gesagt sehr viele Fotos von Summer an diesem Tag und auf allen ist sie und neben ihr diese rote Tonne im Hintergrund zu sehen Ich habe bei meiner Recherche gelesen auch gerade in Bezug auf diese Bilder die so einen Wirbel ausgelöst haben dass es in dieser Gegend sehr viele Menschen gibt die genau solche Tonnen besitzen es ist eine sehr ländliche Gegend und diese Tonnen werden unter anderem deswegen benutzt weil sie sehr auffällig sind und oftmals vor großen Häusern oder an Straßen vor Grundstücken aufgestellt werden um dort für vorbeifahrende Leute Nachrichten zu hinterlassen wie zum Beispiel eben for sale denn es gibt viele die dort Dinge auch verkaufen zum Beispiel Bauholz oder landwirtschaftliche Geräte und wenn man eben so eine Tonne da irgendwo hinstellt dann werden Menschen die vorbeifahren aufmerksam und wenn diese Leute dann irgendwas brauchen können dann fahren sie zu den Häusern und fragen nach also das ist wohl etwas was es immer wieder in dieser Gegend gibt trotzdem möchte ich am Ende dieses Videos sagen dass als ich diese Bilder von Summer gesehen habe mit dieser roten Tonne daneben dass sich bei mir im Kopf zwei Dinge abgespielt haben auf der einen Seite war dieses rationale Denken Zufall Zufall das was ich bei meiner Recherche gelesen habe über diese Tonnen die da in der Gegend wohl öfter rumstehen Zufall 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 auf der anderen Seite lief es mir eiskalt den Rücken runter sowohl Candace Wells als auch ihr Mann Don und auch Grandma Candy haben fünf Tage nach dem Verschwinden von Summer einen Lügendetektortest im Hawkins County Police Department gemacht und so viel ich weiß haben alle drei diesen Lügendetektortest bestanden ja meine Lieben damit sind wir am Ende dieses wieder sehr langen und ausführlichen Videos zum Verschwinden der fünfjährigen Summer Wells angekommen ich weiß auch hier waren es wieder unheimlich viele Informationen und wie immer hoffe ich dass ihr den roten Faden auch dieses Mal behalten konntet und deswegen auch in der Lage dazu seid mir unten in die Kommentare eure ganz persönliche Meinung zu diesem Fall zu hinterlassen ich bin sehr gespannt wie ihr das Ganze einschätzt ich bin sehr gespannt was ihr vielleicht auch für Theorien habt was mit ihr passiert sein könnte ob ihr eine der drei großen Theorien auch mittragt die ich euch jetzt hier erzählt habe oder ob ihr vielleicht etwas ganz anderes denkt schreibt mir das wie Tag und ich hoffe wir sehen uns ganz bald im nächsten Video dann wieder bis dahin macht's gut